ich grüße dich von herzen und ich freue mich dass du der geistigen welt lauscht dass du dich mit uns verbindest und vor allem möchte ich dir und allen von herzen danken für dieses halten und tragen des lichtes ich bin daniel genang und ich gebe dir eine botschaft weiter aus dem lichtwelt verlag empfangen von johannes kassel empfangen am 31 1 2022 neue schwingung beschleunigt das erwachen in klammern einweihung die erzengel von heute an mit dem heutigen tage und fortan wirkt eine neue energiequalität auf der erde in klammern ich empfange diese botschaft am 31 2022 anmerkung johannes kassel klammer zu das licht des himmels erreicht in einer neuen stärke schwingt in einer höheren frequenz und hat eine besondere qualität um die herzen der menschen zu heilen die zentrale sonne sendet diese wellen von flüssigem licht direkt zu euch wodurch sich von heute an das erwachen der menschen immens beschleunigt so geschieht es nun dass sich himmel und erde im großen bestreben dieser welt zum aufstieg und dieser menschheit zur bewusstwerdung zu verhelfen vereinen es ist verfügt dass nichts und niemand diesen vorhang der kosmischen lichtflutung verhindern oder verzögern kann die macht gottes und seine gnade sind allgegenwärtig auf der erde jetzt und immer da in ewigkeit die gelegenheit geliebter mensch für dich heißt das jetzt noch tiefer noch mutiger und noch konsequenter deine eigenen angelegenheiten zu beobachten und wenn nötig zu klären jetzt geht alles in einer unglaublichen geschwindigkeit vor sich so kann auch deine heilung jede heilung unkompliziert zu raschen und tiefgreifenden ergebnissen führen das ist die gelegenheit für dich deine beziehung auf allen ebenen zu klären denn oft stehst du dir selbst im wege da du am alten festhältst nur weil du das neue noch nicht sehen kannst die engel und erzengel meister sondern zahl stehen dir bei beim erlösen jedes einzelnen themas zur seite du bist niemals alleine eine unüberschaubar große anzahl an lichtwesenheiten steht den menschen die sich jetzt dem lichte hingeben wollen mit ihrem licht der liebe bei ob du wachst oder ob du schläfst für uns spielt das keine rolle denn wir brauchen keinen schlaf wir sind für dich da wenn du uns rufst und sobald du uns brauchst wir kommunizieren mit deiner allwissenden seele und so ist es unbedeutend welche sorgen dein ego behalten und welche ängste dein verstand nicht loslassen möchte eine tiefgreifende heilung aufgrund der beschlüsse deiner seele hat mit dem heutigen tage begonnen nimm dieses geschenk aus der einheit an und freue dich über die positiven auswirkungen für dein leben sei bereit für deine neugeburt und sei bereit dafür kleine tode zu sterben auf diese weise werden wir dir entwicklungsschritte zeigen und es wird dir gelingen von denen du bisher nur geträumt hast und wunder werden möglich die für dich bisher unerreichbar waren jetzt kommt es auf deine bereitschaft an das licht der zentralen sonne in deinem herzen zu empfangen und mit diesem licht der wahrheit auf dein leben zu blicken die einweihung dies ist eine einweihung auf diese hohe schwingung des göttlichen lichtes dies ist die stunde auf die viele seelen so lange gewartet haben denn von nun an ist es vielen menschen möglich erleuchtung erlösung und den aufstieg in diesem einen leben zu erlangen das einzige was du dafür tun musst ist dich zu bewegen bewegen in richtung licht verkünde dem universum einweihung ich bin bereit das licht gottes in der neuen frequenz zu empfangen danach überlass alles dem allwissenden licht gottes sei bereit jede umstellung und veränderung in deinem leben anzunehmen und zu akzeptieren auf diese weise geschieht spirituelles wachstum auf diese weise kehrt die erinnerung zurück die erinnerung an deine wahre größe an dein licht und an deine wirklichkeit in gott jetzt werden aus spirituellen zwergen geistige riesen und aus unbewusstheit wird das neue bewusstsein geboren so gehe hin geliebter mensch erwirke dein erwachen und lass dich mit dem licht des himmels sanft berühren das gnadenreich gottes ist auf erden angebrochen und selig ist der mensch der dies zu deuten weiß wir sind die erzengel und so danke ich dir und ich freue mich erschaffe dir das paradies auf erden jetzt von herzen sei gesegnet merci bye bye i love you deine danielle ich rete sie sie